Da willst du rein? Ja. In goldenen Handschuhe? Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cola Rum Waldraut, Nasen Ernie, Dorncat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens Müllers abends Dorncat trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter. Frag die Dame mal, ob sie was trinken möchte. Nee, der ist mir zu hässlich. Und wer sind Sie? Herr Honka. Was stinkt denn da so? Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist. Und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honka, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. Und? Weißt du aber noch was auszusetzen? Junge, komm bald wieder, bald wieder. Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern. Und drittens, wenn mal nichts los ist, dass was passiert. Und drittens, wenn mal nichts los ist, dass was passiert. Jawohl. Wunderschönen guten Abend, die Damen. Wunderschönen guten Abend, die Damen. Wunderschönen guten Abend, die Damen. Ich will so ein bisschen rau, aber stark. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank.